Hey! Supertruck möchte wohl mitspielen! Warte! Was machst du da? Merkwürdig! Supertruck würde das niemals tun! Pass auf, Mathilda! Du musst ihn stoppen! Da ist er! Deine bösen Taten enden hier! Robo! Du glaubst nicht, was passiert ist! Supertruck hat das ganze Chaos angerichtet! Was war das? Na nun! Supertruck ist unschuldig! Es war sein böser Zwilling! Gerade rechtzeitig, Robo! Gut gemacht! Beeilung! Das Feuer ist ganz nah! Yay! Supertruck wird den Tag retten! Aber Mathilda, du liegst falsch! Supertruck ist nicht schuld! Pass auf, Robo! Er hat einen Strahl! Oh nein! Jetzt hat er dich! Schnell, Mathilda! Du musst Robo helfen! Oh oh! Wir sind beide gefangen! Siehst du, Mathilda? Der echte Supertruck wird dir helfen! Mach dir keine Sorgen! Zeit, den bösen Klon zu stoppen! Oh nein! Ihr müsst ihm helfen! Robo! Mathilda, Zeit zu fusionieren! Robo-Mathilda wird den Tag retten! Gut gemacht! Gut gemacht! Jetzt kann er nicht entkommen! Du gehst nirgendwo hin! Hey! Ihr habt ihn besiegt! Sehr gut gemacht! Jetzt wird er nicht mehr für Chaos sorgen! Keine Sorge, Mathilda! Es war nur ein kleiner Fehler! Erforscht ihr die Höhle? Erforscht ihr die Höhle? Wow! Seht euch das an! Was war das? Passt auf! Oh nein! Die Felsen haben euch eingesperrt! Robo! Frank! Wir brauchen eure Hilfe! Oh nein! Der Eingang ist versperrt! Ihr müsst den Eingang wieder freiräumen! Oh nein! Es ist zu groß und zu schwer! Vielleicht kannst du deine spezielle Augenfunktion nutzen! Gibt es da eine Lösung? Gut gemacht, Robo! Oh nein! Der Spalt ist nicht groß genug, dass Frank durchpasst! Gut gemacht! Los, Frank! Schnell! Ihr müsst sie finden! Frank! Du musst das Feuer löschen! Kümmere du dich um die Felsen, Robo! Yay! Der Weg ist frei! Schaut! Lilly ist im Feuer eingesperrt! Passt auf! Sie ist gerettet! Aber wo sind die Babys? Oh nein! Sie sind in Gefahr! Ihr müsst ihnen unbedingt helfen! Aber da sind zu viele Felsen! Das Feuer kommt den Babys immer näher! Robo! Frank! Zeit zu fusionieren! Robo-Frank im Rettungseinsatz! Keine Sorge, Babys! Hilfe ist unterwegs! Na los! Na los! Nur noch ein bisschen mehr! Jetzt ist alles weg! Jetzt ist alles weg! Jetzt seid ihr sicher! Zeit hier zu verschwinden! Und den Babys geht es gut! Gut gemacht, Robo und Frank! Ihr habt den Tag gerettet! Es ist Weihnachtszeit! Schau mal! Da ist der Weihnachtsmann! Warte! Wo sind die Geschenke hin? Seid nicht traurig, Babys! Robo wird sie finden! Oh nein! Oh nein! Der Weihnachtsmann ist böse geworden! Aha! 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 Sitron! Natürlich steckst du dahinter! Er klont den bösen Weihnachtsmann und klaut alle Geschenke! Komm schon, Robo! Komm schon, Robo! Oh nein! Es gibt zu viele Weihnachtsmann-Krone! Du wirst etwas Hilfe brauchen, Robo! Das Rettungsteam ist auf dem Weg! Jetzt holen wir uns die Geschenke zurück! Los geht's, Leute! Gut gemacht, Rettungsteam! Schluss mit dem Blödsinn, Zitron! Pass auf! Er hat das Geschenk geklont! Tolle Idee, Robo! Guter Schuss! Jetzt ist deine Chance! Hol dir die Zitronik! Oh nein! Er schafft noch mehr Klone! Robo braucht Hilfe! Gut gemacht, Frank! Sie haben das Wasser gestoppt! Frank! Robo! Es ist Zeit zu fusionieren! Robo-Frank wird die Dinge in Ordnung bringen! Zeit für eine Aufräumaktion! Jetzt holen wir uns Zitron! Du wirst nicht einfach abhauen! Hab ich dich! Das sollte genügen! Du hast es geschafft, Robo-Frank! Nicht so schnell, Zitron! Ich glaube, du musst ein paar Geschenke zurückgeben! Seid vorsichtig, Jungs! Ihr fahrt auf eine Baustelle! Wow! Schaut euch diesen neuen Süßigkeiten-Spender an! Das sieht so lecker aus! Können die Jungs etwas haben, Edna? Hm, sieht aus, als hätte Zitron einen finsteren Plan! Was hast du vor, Zitron? Oh nein! Zitron hat den Süßigkeiten-Spender gestohlen! Jungs, ihr müsst ihn einfangen! Schnell, Freunde! Ihr wisst, was zu tun ist! Robo-Fusion! 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 er hin? Schaut, er ist da drüben. Er hat es schon wieder getan. Aber wie? Hier drüben, Jungs. Jerry, pass auf. Robo, Jerry baut gleich einen Unfall. Jerry, bist du okay? Was für ein Fang, Robo. Das war knapp. Nur du kannst ihn aufhalten, Robo. Bist du bereit? Autsch, Kumpel. Das muss wehtun. Du brauchst vielleicht Hilfe, um Zitron aufzuhalten. Wen rufst du? Bist du sicher, dass du weißt, wen du rufen möchtest? Dann holen wir ihn. Jerry, wir brauchen deine Power. Wow, unglaublich. Probieren wir sie aus. Du bist so schnell, Robo. Zitron hat keine Chance. Zitron, damit wirst du nicht davonkommen. Schneller, Robo. Schneller. Was für eine Jagd, Robo. Lass uns diese Süßigkeiten zurück zu Edna. bringen. Was für ein Tag, Leute. Dank dir ist der Süßigkeitenspender sicher. Was für ein Klasse-Schuss. Das ist aufregend. Was für ein Klasse-Schuss. Keine Sorge, das Spiel geht immer noch weiter. Passt auf, Jungs. Sidron ist hier. Sidron stört das Spiel. Schnapp dir den Ball, Booster. Oh nein. Billy ist unter den Rohren gefangen. Billy wird unruhig. Rodi und Booster, Zeit zu verschmelzen. Willst du die Rohre anheben? Billy ist fast frei. Pass auf, Robo. Oh nein. Du wirst Billy nicht helfen können, solange Sidron noch hier ist. Das reicht, Jungs. Wie wäre es mit einem Fußball-Match? Okay, Sidron. Du hast gewonnen. Aha, jetzt verstehe ich. Du willst Robo zu einem Elfmeterschießen herausfordern. Ist das eine Fußball-Kanone? Wie willst du nur all diese Bälle aufhalten, Robo? Zeit, mit einem Freund zu verschmelzen, Robo. Du hast Monstersprungfedern von Mali bekommen, damit du schneller und höher springen kannst? Lassen wir das Spiel weitergehen. Sieht aus, als wirst du müde und bald verlieren, Sidron. Robo hat gewonnen. Robo hat gewonnen. Jetzt kannst du deinen Freund Billy retten. Du bist endlich frei, Billy. Danke, dass du Billy gerettet hast, Robo. Shouldersprung. Purple-DiPhone. 구요. Im Blumen. Wir halten. Wir halten. Wir halten.